Hallo, willkommen in unserer Videobox. Ich bin die Birgit Zippel, ich komme aus Deutschland. Ich bin der Josef Einholzer aus Österreich. Willkommen aus Straßburg. Wir hatten heute einen ganz wichtigen Tag. Wir haben die Einführung der Finanztransaktionssteuer beschlossen. Das heißt, auf Finanzgeschäfte sollen künftig Steuern eingehoben werden. Das ist eine große Errungenschaft, für die wir jahrelang gekämpft haben. Wie geht das jetzt weiter? Wir haben die Forderung mit einer großen parlamentarischen Mehrheit gestellt. Jetzt sind die Mitgliedstaaten gefordert, diese Forderung umzusetzen. Gegebenenfalls auch vielleicht nicht mit allen Staaten, sondern mit denen, die einsehen, dass wir zwei Dinge dringend brauchen, nämlich Einnahmen erhöhen für die Staaten und deutlich machen, dass die Kosten der Krise nicht allein von den Arbeitnehmern getragen werden, sondern eben auch von den Verursachern. Deshalb liegt der Druck jetzt auf den Mitgliedstaaten. Okay, das heißt, wir dürfen nicht schlafen, wir müssen weiter Druck machen. So ist es. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.